Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstag, der 6. Juni 2017. Geek Talk Daily 133. Heute draussen, ja, noch dunkel. Ihr werdet es selber merken, ob das Wetter schön ist oder ihr einen Regenschirm mitnehmen müsst. Ja, sonst gibt es auf eurem Smartphone sicherlich eine App dafür. Aber wir gehen jetzt über zu den Themen, oder besser gesagt ich. Google und Künstler, Intel Compute Card, Outlook, Projekt Scorpio, Whatsapp Continuum, WWDC, Airplay 2, Siri übersetzt und iOS 11. Beginnen wir doch gleich mal bei der ersten Neuigkeit. Google baut ja seine Suche immer fleissiger aus. Und da man jährlich über, oder wie gesagt, monatlich weit über 500 Millionen Suchanfragen zum Thema Kunst und Künstler hat, hat sich Google gedacht, sie bauen das Ganze ein bisschen weiter aus. Angebot, Nachfrage, sicherlich keine doofe Geschichte. Etwas lernen über die Geschichte und lernen über die Künstler und die Kunst dazu ist auch nicht falsch. Und deshalb schaut euch mal das Video an. Wir werden es direkt verlinken bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Praktische Geschichte. Und ja, warum nicht mal ein schönes Bild suchen? Man könnte ja da auch mal investieren, nicht immer nur in Gadgets. Die Intel Compute Card wurde ja an der Computex vorgestellt. Jetzt ist draußen, das Teil ist schon ab August verfügbar. Was ist die Compute Card? Mögt ihr euch an die Intel Nux erinnern, die ich immer in dem Geek Talk, im Mutterpodcast im Großen erwähnt habe? Diese kleinen, sehr, sehr kleinen Rechner, die gut für so Media Center oder kleine Büroaufgaben sind. Da gibt es ja jetzt noch was Kompakteres von Intel. Und das Teil, das kommt jetzt eben schon im August auf den Markt. Also ich freue mich extrem drauf und freue mich noch mehr auf den Test von diesem Teil. Dann eine Warnung. Und zwar spricht die Microsoft aus. Und zwar dann, wenn ihr unter Android ein Microsoft-Konto anlegt und das nicht mit Outlook verknüpft, sondern mit irgendeiner anderen Software, die euch Mail empfangen lässt. Denn Microsoft ist der Meinung, dass ihre Mail-Adresse am besten funktioniert mit Outlook. Outlook, ein System, was ich mir seit, ja doch jetzt schon zweieinhalb Jahren sehr intensiv anschaue und nach wie vor so meine Mühe damit habe, mal schauen mit dem neuen Apple-Mail, was wir da gesehen haben gestern an der WWDC, könnte vielleicht da wieder einen Schritt zurück geben. Da ich aber doch halt an mehreren Plattformen unterwegs ist, ist es schon toll, wenn man da ja auf allen Systemen die gleiche Mail hat. Deshalb wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich weiterhin da bleiben werde. Bleiben wir gleich bei Microsoft, denn die haben einige neue Details verraten zum Projekt Scorpio. Das ist ja der Nachfolger der Xbox. Da gibt es jetzt ein DevKit, oder ich weiss gar nicht, ein DevKit gibt es schon länger, aber es wurden ein paar Dinge, wie sagt man, verraten. Dazu auch ein Video. Werden wir beides verlinken, nachlesen und schlauer werden, ist die Devise heute. Wie ihr sicherlich merkt, heute deutlich wieder ein besseres Mikrofon. Sprich, gestern war ich ja noch auf über 2000 Meter, jetzt 1500 Meter weiter und wieder zu Hause auf dem alten Mikrofon. Und darin spreche ich gleich das nächste Thema an, Continuum-Modus. Das ist ja die Möglichkeit, wo man aus einem Windows-Mobile-App eine Windows-10-App machen kann, quasi eine Desktop-App machen kann. Und da gab es, oder gibt es jetzt keine Möglichkeit, zum WhatsApp auf dem Desktop zu kriegen. Wie ihr das dennoch schafft, ist relativ einfach. Ihr öffnet euren Browser der Wahl, Edge zum Beispiel, auf Windows 10, geht auf web.whatsapp.com, geht da rein und scannt den QR-Code mit der Smartphone-App, die ihr auf eurem Telefon habt und schon seid ihr da als Web-App drin. Denn relativ einfach, keine, wie hat das so schön beschrieben, keine Raketenwissenschaft, aber wer halt gerne mit der grossen Tastatur schreibt, für den ist das sicherlich etwas, was man gerne nutzt. Dann war es ja gestern Abend endlich soweit. Apple hat wieder eingeläutet, sprich die WWDC. Das ist ja die grosse Entwicklermesse von Apple. Und wir sagen ja jedes Mal vor der WWDC, nehmt euch nicht zu viel vor, glaubt nicht an zu viele Gerüchte. Das ist eine reine Entwicklermesse. Und normalerweise werden da auch nicht allzu viele Produkte vorgestellt. Da Apple ja aber das iPad-Event im Frühjahr ausgelassen hat und es immer wieder gemunkelt wurde, dass es auch Computer-Updates geben könnte, hat sich das dieses Mal auch bewahrheitet. Mal in relativ schnell durch. Ganz genau werden wir den Event im Mutter-Podcast, im Geek Talk News-Kanal auseinandernehmen. Den zeichnen wir heute Abend auf, also Dienstagabend. Und der wird dann in den nächsten zwei, drei Tagen dann auch für euch erscheinen. Aber kommen wir zurück. Zuerst gab es ein richtig cooles Video, wie ich fand. Schaut euch das mal an, wenn ihr das verpasst habt, so als Einleitung so ein Ingenieur oder eben auch nicht oder keine Ahnung, was der Herr darstellen sollte, der den falschen Stecker gezogen hat und dann die Apokalypse ausgerufen hat. Apple hat vor allem die vier Plattformen gross beworben oder besprochen. Logischerweise, weil eben Entwicklermesse. Die erste war das TV-OS. Die grösste Neuigkeit, Prime Video kommt drauf. Haben sicherlich einige drauf gewartet, seit ich mein Prime ja jetzt aus Versehen auch habe. Ich natürlich auch, werde ich darauf sicherlich gerne auch nutzen. Dann WatchOS, also für die Apple Watch. Da hat man wieder mal kräftig dran rumgeschraubt. Es gibt das eine oder andere neue Watchface. Pixar-Figuren, die aus dem Hause ehemals Pixar, mittlerweile in Disney kommen, sind als Watchfaces drauf. Und es gibt eine Siri quasi. Also die Siri wurde deutlich aufgebohrt. Und ja, ich bin gespannt und freue mich, das auf meine Ruhe aufzuprobieren. Schaut zumindest sehr cool aus, wie das mit der ganzen Intelligenz schlussendlich funktioniert. Werden wir erst dann sehen, wenn es wirklich drauf ist. Also ab Herbst nehme ich an, dann spätestens. macOS High Sierra. Über Namen lässt sich immer streiten. Einiges an Updates gab es. Vor allem die Möglichkeit, dass man VR-Content schaffen kann. Es gibt die Möglichkeit von deutlich schnelleren und aufgebohrterem System. Da haben sie einige Zahlen um sich geschmissen. Wie gesagt, im Detail schauen wir das an. Und dazu gab es eben dann auch coole Neuigkeiten. Es gab neue iMacs, die aufgebohrt wurden. Die Preise wurden gesenkt. Dann gab es aber auch einen Ausblick auf den Dezember, also auf das Weihnachtsgeschäft. Da kommt der iMac Pro, ein Monster von Rechner mit Power und auch dementsprechend der Preis natürlich. Und neue MacBooks wurden natürlich auch vorgestellt. Auch da mit passendem Update vom Prozessor etc. Die VR-Geschichte ist sehr, sehr spannend, dass sie jetzt auch auf den Mac geht. Und da geht es dann eigentlich gleich weiter im iOS-Bereich. Apple hat da mit iOS 11 einiges gezeigt. Unter anderem auch AR. Was mich am meisten fast gefreut hat, ist die Integration vom neuen Airplay, also Airplay 2. Denn Airplay hat endlich, und darauf habe ich ja lange gewartet, eine Multiroom-Unterstützung. Darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Ein bisschen App Store gab es Neuigkeiten. Das AR-Kit, also Augmented Reality für iOS, sah eindrücklich aus. Muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Und ich bin gespannt, was die ganzen Entwickler natürlich da draus machen. Etwas später kam dann auch das iPad Pro hinzu. Ein bisschen mehr, grösseres Screen, ein bisschen mehr Power, das heisst ein bisschen deutlich mehr Power. Und vor allem Pro-Features für das iOS. Das hat zumindest spannend ausgeschaut. Und mir irgendwie so gesagt, ich könnte doch auch mal wieder ein aktuelles iPad ausprobieren. Ja, zumindest die Hardware ist ab nächster Woche zum Verkauf da, ab heute zu bestellen und ab nächster Woche geliefert. Die Software, also der L-Word, das kommt ja dann nach. Sehr, sehr spannend, vor allem mit dem Stift zusammen. Und dann das sechste Gerät, der HomePod. Auch hier wieder über den Titel lässt sich streiten. Auch über das Design lässt sich streiten. Interessant wird sein, wie das Ganze klingt. Und Apple hat das Ganze ein bisschen mit den Airplay, also AirPods verglichen, quasi simpel, einfach und so weiter. Wenn die Dinger auch so simpel und einfach funktionieren, wie eben die Kopfhörer und dann eben Siri bis im Dezember auch noch ein bisschen intelligenter wird, könnte es was werden mit den beiden. Eine weitere Kleinigkeit, NFC wird freigegeben. Nicht mehr ganz so limitiert. Jetzt vormals erst für Fitnessgeräte. Mal schauen, wenn dann auch andere da mit einsteigen dürfen. Was sind eure Rückmeldungen? Lasst es uns doch wissen über Twitter, über die Kommentarfunktion oder wo auch ihr immer möchtet. Ich bin schon sehr gespannt. Und wie gesagt, den Rest besprechen wir dann in der grossen Sendung vom Geek Talk, sprich in der News-Folge von der kommenden Woche. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg. und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.